Der liebe Dennis liegt da, sick auf dem Boden, kotzt sich, feuert schon die Erbrochene im Gesicht. Die Grippe, ey. Jetzt können wir uns endlich seine AKM klauen, ja? Das war dann so krass, als ich sag, dass Mama die Hand geschüttelt hat. Ah, die Jacke, die ist auch ganz cool. Ich will meine Sachen klauen. Alter, was du alles Schönes hast, aber das ist alles ruined, was du an hast. Ja, lass mir die Sachen doch mal in Ruhe. Hör auf mich anzufassen. Warum ist das alles ruined? Weil der Dennis ein Pedder ist. Warte, ich steck dem Dennis jetzt noch was ins Gesicht. Boah, ein Sack, weißt du? Das Schlimme ist, bei mir steht... Titt, ich hab den Sack weggeworfen. Kannst du auf Pause drücken, dann kannst du sehen, was der Walle mit dir macht. Ich sehe nur das Lagerfeuer, Alter, ich sehe nichts. Guck mal hier, wenn du sehen würdest, was ich gerade mit dir mache hier. Oh, ganz schlimme Dinge. Du wirst von einer Frau vergewaltigt. Du könntest ihm mal den Sack rüberziehen. Ich hoffe, du sitzt nicht auf meinem Gesicht. Nee, nee. Promotiv heute. Wie keiner ihn verstanden hat. Könnt ihr mich nochmal füttern, irgendwie? Habe ich gerade. Aber wahrscheinlich hast du deswegen gekotzt im Flach. Ja, der Dennis ist wegen... Der Kotz ist eigentlich nicht schlecht. Was ist eigentlich mit den Steaks, die vorher gerade dabei sind? Die Steaks... Boah, die sind schwarz hier. Alter, nein! Nein, die sind uns verbrannt. Raushol, raushol! Nein! Bei mir sind die rot. Bei mir sind die rot. Bei mir sind die rot. Im Kochtopf. Scheiße! Die haben wir ja voll vergessen. Weißt du, das Geile ist, sobald der Koch bewusstlos ist... Jeder hat sich in den Shop genommen. Wo es los ist. Leute, reiß euch zusammen. Wir müssen darauf aufpassen. Hier auf dem Server heißt einer der Apotheker. Kann den mal jemand anrufen? Ich bitte den Dennis damit. Ja, so heißt er der Name. Der Apotheker. Komm, die verbrannten Steaks, die kriegt der Dennis. Ja, komm, bitte. Du bist doch ein Schweine. Weißt du, Leute, guck mal, das ist wie in Guantanamo. Ja? Hier liegt noch schönes Firewood. Ja, schönes Steak, ey. Boah, bei mir geht es grad so richtig krasses Hardcore-Game. Ich will auch mal ein Steak haben. Ich hätte gern auch mal so ein Brikett. So ein Brikett-Steak. Achso, wir müssen erst den Dennis wieder aufpeppeln. Das geht natürlich vor. Oh, was ist jetzt? Server-Restuck? Das ist natürlich supergeil. Nein! Nein! Doch! Nein! Der Dennis ist vielleicht tot. Ja! Wenn man bewusstlos ist, ist man tot, oder? Oh mein Gott. Wir hätten uns die AKM nehmen sollen. Das gibt's doch nicht. Das Spiel ist so gut, ja? Nein! Wir waren grad so gut dabei. Oh, fuck! Jetzt verbrennt das Fleisch, dann fliegen wir, ey. Oh mein Gott. Und dann... Wie ätzend. Oh Mann. Fick die Wand an, ey. Ganz ehrlich. Oh, ich hab' den Counter und dass der Server abschürzt. Ja. 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 Ich glaub' wir müssen hier einen kleinen Stop einlegen und sehen uns wieder... Leute. An den Toten Dennis, der in seinem Erbrochenen war. Rest in Peace. Tschüss. Ja, da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play Day Z. Und der Dennis, auch wenn er hier steht, Serverwechsel, ihr habt's ja grad mitbekommen. Ähm. Ist er angeblich noch ohnmächtig. Ach, nimm mal jemand die AKM bitte. Von Dennis. Ja, liebe Leute. Der Sarraz hat mir mal ne Waffe genommen. Genau. Äh. Wird ausgezogen. Geht das zwar nicht. So, ich probier das jetzt mit dem EpiPen, Alter. Vielleicht krieg ich dich da zurück. Hau rein, was wir kriegen denn. Los. Go, go, go. Ja, grad geklappt. Aber ob da jetzt was tut, ist natürlich die große Frage. Hm. Und? Dennis? Er ist tot. Dennis? 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 Hallo. Er ist aus dem Internet gekickt. Mit dem EpiPen. Er ist noch mit euch hier drin, seid ihr doof oder was? Ich hab mir deine Handschuhe geklaut. Hört ihr mich? Ja. Warum sagt ihr Dennis? Hä? Wir haben dich gerade erst wieder gehört. Voll die schönen Sachen hat der Dennis. Ich glaub auch dieses Tactical Jacket, ich glaub ich brauche. Ihr seid so doof ey. Achso und der Chest Holster, der sieht natürlich ziemlich steig aus. Weißt du was geil ist Leute, ich hab mir das in einer Loot-Folge alles zusammen gelootet. Knallhart hab ich das gemacht. Ja du kriegst doch deine Sachen wieder. Mann. Ich bin auch augenbärtig geil. Ja das war so klar. Nein. Man sollte euch ohrfeigen. Ey weil ihr beiden dieses scheiß rohe Fleisch gegessen habt. Eigentlich ist ihr ihr selber schuld. Das Ding ist der Curry ist alles schuld, weil der hat mich dazu angeschiftet. Ja genau. Nee komm kann passieren. Nein Curry nein. Boah cool. Das Ding ist jetzt. So und die Firefighter Axt vom Curry ist natürlich der Shit. Wir können uns am besten einmal in den Kopf schießen, sonst brauchen wir wahrscheinlich einen Berettino. Nein nicht alter. Mach mal bei mir bitte. Ernsthaft jetzt. Mach mal bei mir. Oh Gott. Was? Nein. Mach jetzt. Ich will ja dass ihr wieder kommt. Irgendwie müssen wir doch zurück kommen können. Könnt ihr meinen Puls messen? Mach mal. Ok warte. Probier das mal. Check Pulse. Daddy Puls. Okay. Ich bin tot. Hä? Tot? Ja ja. Ich hab ihm Neustart gedrückt. Oh nein. Dann nehme ich mir jetzt die AKM vom Curry. Zack. Eigentlich müsste ich einfach in der Nähe spawnen. Das geht eigentlich schnell. Aber du kriegst, warte ich nehme die SKS auch noch mal mit. Habe ich auch Farbe wieder. Dann, dann ist es Saver weißt du? Warte ich wieder da. Ihr müsst ja davon nicht weglaufen Leute. Ja nimm trotzdem mal Sachen vom Curry zur Sicherheit. Wo findest du die denn jetzt Curry? Die sind doch immer im Wald. Das war durch Berenzino durch und dann links. Wenn du auch von der Küste aus kommst. Please wait. Die SKS sollten wir auch mitnehmen. Moment mal. Ich muss die. Ja Leute. So einfach kann es gehen. Pure Doofheit. Wo sind meine Magnum hin? Habe ich die aus der Nähe gedroppt? Lebende Vergissung. Die Küftung. Please wait. Darf ich mal spawnen bitte? Oder was? Hä? Wo sind meine Magnum? So ich bin wieder da. Aber die Frage ist wo? Ach die waren im Chest-Holster als ich ja klar. Hm verstehe ich. Boah ich hab keine Ahnung wo ich bin Leute. Ähm soll ich eure Sachen einfach mal auf den Boden legen neben euch? Meint ihr das hält länger? Ja nimm mal einfach mit. Eigentlich schon oder? Ja nimm mal einfach mit. Wir nehmen jetzt einfach mit was geht. Dass wir uns ein bisschen Ausrüstung haben nachher wieder. Und dieses riesen Kuhfell im Inventar. Ja das darf weg. Das ist lieber irgendwas sinnvolles hier von von. Damit kann man bestimmt auch was machen. Ja das kriegen wir ja immer wieder. Ja okay. Aber gut was nehm ich dann? Ich glaube ich bin in der Nähe des Airfields. Ich geh nochmal rein in Nordost Airfields. Du Curry wo bist du? Ich bin noch gar nicht gesportt. Ich geh nochmal raus und dann äh. Geht euch nochmal neu bei. Euch zu finden jetzt ist es irgendwo. Ja das geht eigentlich. Ne das ist total doof. Das ist schon ein bisschen behindert. Stimmt schon. Hast du gar keinen Anhaltspunkt? So warte mal. Ich werfe jetzt gerade mal die. Ah das ist vor allem wieder wegen echter Blödheit war. Das ist ärgerlich. So ich hab jetzt auf jeden Fall die AKM und ne SKS. Alles gut. Ich hab auch alles mitgenommen was geht soweit. Ich bin jetzt auch voll. Ja ich hab echt also viel mehr kann ich nicht schleppen mehr. Wir brauchen langsam selber was zu essen. Das Problem ist ja auch noch. Hier ist noch ne Portable Gaslamp. Soll ich die einstecken? Ja bitte. Hier ist auch noch ein schusssicherer Helm. Den sollten wir auch noch mitnehmen. So bin ich den jetzt hier. Ich leg mal die Rucksäcke von denen noch auf Seite. Oh Gott. Alter ich bin glaube ich so weit weg. Das ist mein Rucksack. Wo bist du Curry? Oh ich bin wieder weit weggespoilt. Ich weiß sofort wo ich bin. Wo denn? Ich glaube ich bin in Richtung. Auf der ganz anderen Seite der Insel. Oh nein. Ja dann bring dich um. Heute ist echt ne Pech Folge. Naja Pech auch nicht unbedingt. Aber wir mussten das halt probieren. Das wäre jetzt gar nicht mal böse. Ich hätte das Fleisch wahrscheinlich auch gefressen. Wenn ich da gerne hätte. Ja wir dachten halt einfach nur das wäre ein Back oder so. Ja. Aber da hinten ist glaube ich die Küste bei mir hier. Ja? Ja ich hör mehres raus schon. Aber ich weiß trotzdem nicht wie ich euch finden soll. Alter ihr seid irgendwo. Ne wir sind direkt vor Berenzino. Das geht schon. Also wenn du vor Berenzino bist sag Bescheid. Ja. Ich darf jetzt essen. Wollen wir hier so lange hier die Leichen bewachen? Ne wir müssen auch weiter. Wir müssen einfach weiter unbedingt. Wir müssen was essen. Wir haben jetzt nix. Wir sind hier gut versteckt. Ach ne ich bin hier Berenzino Erfil. Ja komm dann komm zu Berenzino. Du kriegst ja deine AKM wenigstens wieder. Ja die Rucksäcke und so sind auch gesaved hier. Ich lauf mal runter zur Küste. Und sag euch dann den Punkt wo man quasi einfach nur noch gerade den Berg hochlaufen muss. Okay. Ich lauf zur Küste. Also bei mir dauert es ein bisschen länger Leute. Bleib bei den Leichen. Ja man wird wie immer bei DayZ seit dem Patch 0.45 immer östen und östlich gespawnt. Das hab ich die Erfahrung gemacht. Komplett rumgedreht. Ja. Früher war es anders bei Balota und so weiter. Ja. Ja. Bei Balota spawns die glaube ich echt gar nicht mehr irgendwie. Da musst du. Aber da findest du halt die AKM weißt du. Wenn du da im. Ja bei Lota ist halt das beste Ding auch. Bei mir läuft da. Bei mir läuft da ein. Was ist da? Auch hier läuft ein Hirsch. Oder ein Reh oder ein Hirsch. Ach schön. Ach schön. Wollen wir dann in Berenzino mal gucken? Ja. Ist ja ein ganz neues Server hier. Wir müssen was essen. Wir müssen was essen. Stimmt. Er läuft uns ja praktisch dann entgegen. Genau. Lass uns den Berenzino treffen. Nur jetzt. Also ich komm ein bisschen was retten. Das ist halt das Gute. Da die jetzt einfach hier senkrecht runter zur Riste. Ich will einfach nur mal ne AKM zurückhaben. Damit ich gut lebe. Ja ich hab die vom Curry. Ah. Der Benny hat die von dir glaub ich. Ah ok. Nice. Die müsste aber besser der Tommy nehmen. Weil ich kann so nicht snipern. Und hier sind nur 10 Schuss in der Waffe. Ist auch nicht so cool. Wo treffen wir uns denn in Berenzino? Ähm. Bist du nicht direkt bei uns? Am Kran. Dann gehen wir hier direkt an dem Haus noch auf dich. Oder so. Ja. Also ich bin jetzt einfach hier den Berg runter. Bin jetzt gleich an so einer kleinen Plantage hier. Ja dann bieg da vor. Links ab. Ja so schnell kann es gehen. Einmal Sickness bekommen. Weißt du dann Bratmax Aktion. Fehlgeschlagen. Ey cool. Nehme ich mit. Aber dass man mit dem EpiPen einen nicht wiederbeleben kann. Wofür soll der denn da sein? Für nen Herzinfarkt glaube ich dann nur. Oder? Ach ne dafür war der D4 eigentlich ne. Komisch. Ne EpiPen auf ein Gefecht. Bei uns ist auch ein Gefecht. Kommst du normal wieder hoch oder? Ja dachte ich auch. Cola. Ja ne. Willst du die haben? Ne kannst du haben. Also vor der Plantage links und dann sind wir ins erste Haus. Nein. Jetzt muss ich immer aufpassen was ich meine. Ah jetzt hab ich die AKM gedroppt. Oh man das muss ich immer heilig aufpassen. Ah da vorne ist ein Städtchen. Ah. Vielleicht ist das ne das ist ein Berenzino jetzt nicht. Naja. Hat irgendwie geklappt. Weil die Sonne scheint weil es uns regnet. Weiter gehts. Also da kommt erstmal noch so ein kleiner Wald Tommi. Ich will einen Regenbogen haben. Ja ich lauf gerade durch die Plantage durch. Ah dann bist du schon zu weit unten. Dann lass uns doch an der Küste unten treffen. Ah das ist so gefährlich. Naja wir haben ja Waffen jetzt. Alter ich bin im Berenzino da hinten ist der Kran. Sehr gut. Ja perfekt. Ja dann lass doch beim Kran treffen. Der Tommi läuft hier parallel zu uns da unten. Ich bin in einer Minute am Kran ungefähr. Wir auch ungefähr. Ist der Kran jetzt links oder rechts von der Plantage? Bei uns links. Ok. Du musst halt so 90 Grad nach links ne. Ja. Parallel zur Küste. Ach ich seh den Kran. Ok treffen wir uns am Kran. Ja. Die Rucksäcke sind auch da vorne noch. Ja. Können uns ja einmal wieder zu der Leiche bringen. Was? Heiliger Bimbam. Ja ja. Ja aber ich bin eigentlich froh dass ich gestorben bin. Weil ich hatte die ganze Zeit schwarz weiß. Keine Farbe. Ja genau. Ja es war die ganze Zeit schwarz weiß alles bei mir. Oh. Das ist natürlich ungeil. Ich bin jetzt fast da. Ja. Ja wir sind auch gleich da. Ja wo bist du? Ich hoffe durch die Wälder wo wir gerade vorhin her kamen. Mann 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 Mann. Jetzt reiern wir die Folge wieder nur rum. Aber wollten wir auf einer Elektro ein bisschen Action mal wieder erleben ne. Das wäre mal was gewesen. Stattdessen Sickness die zum Tod führt. Oh wenn jetzt der Server abschmiert. Jetzt haben wir es auf jeden Fall gelernt. Ne der Server will sie abschmieren. Esst kein rohes Fleisch. Esst kein rohes Fleisch also wirklich. Es war in Wahrheit nur ein Tipps und Tricks Video. Wir wollten euch zeigen dass man kein rohes Fleisch essen soll. Es war ja auch lustig irgendwie wie du da lagst und der Curry auch rumkippt und so. Dass ich selbst voll gekotzt. Ja echt ey. So ich bin am Kran Kinders. Wir auch. Achtung. Ich komme jetzt von dem Berg runter und bin am Kran. Ich bin genau am Kran. Ich gehe in das Gebäude rein. Wir treffen uns auf dem Dach. Weil hier sind wir jetzt so offensichtlich. Auf dem Dach nichts oder was? Da scheint aber niemand drin zu sein. Ok. Da bist du Benni ne? Ja. So ich bin jetzt da. Sorry. Jetzt erst. Obst Dach? Ja. Ich glitsche jetzt hier tot. Dann raste ich aus ernsthaft. Ja. Bei dem Ping muss man ein bisschen vorsichtig sein. Oh hier ist ne schöne Sichel. Oh wie schön. Ach da seh ich doch schon. Vielleicht auch. So. Kommt man denn hier aufs Dach? Ach hier. Oh die Sonne ist geil hinten da über dem Berg. Ja. Die leuchtet echt fett. Also ich glaube da haben sie echt nochmal was auch drangemacht. Ich bin an den Effekten. Aber jetzt ist sie weg. Ja stimmt. So untergegangen. Krass. Heißt aber es wird auch bald dunkel hier oder? Ja. Aber es war eben 15 Uhr glaube ich. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hier bleibt mal stehen. Kommen wir zurück. Chris hat eine Weste wieder Dennis. Ja. Habe ich auch. Erstmal die Waffe. Bin hier gerade am sortieren weil ich das Zeug ein bisschen rumkrempeln muss. Thank you so much guys. Hier guck mal hier. Helm. Ach guck mal. Dich ist zwar schon ruined aber die hält immer noch. Guck mal hier rüber. Ja. Dann kannst du wenigstens was schleppen auch schon mal ohne Rucksack. Oh Gott sei Dank ein paar Sachen mit am Start. Vielen vielen Dank ey. Krass. Ach guck mal hier liegt ja noch mehr. Krass. Bisschen was von Curry vielleicht auch. Ach der Stein liegt da auch. Ich seh jetzt genauso. Der Stein. Nimm mal mit. Hat ja dieser Zombie da unten ne. Aber meine Axt, meine Axt die liegt da wahrscheinlich nicht mehr ne. Ich hab die von Curry getauscht weil unsere waren eh ruined. Ja ja. Boah das sieht echt Hammer aus da hinten. Also der Wolkenbruch und so da haben sie auf jeden Fall dran gearbeitet. Das sieht richtig genial aus da vorne. Sieht echt fett aus. Voll die Atmosphäre. Ja das muss man im Spiel halt einfach lassen. Ja auf dem Dach waren wir ja noch nie. Ja auf dem Fall extrem 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 krass einfach. Ja zum Glück da haben wir nochmal Glück gehabt. Mehr Glück als Verstand. Ja. Bei der Nummer. Ziel ist Elektro glaube ich. Da wollt ihr hin ne. Ja aber da hinten seh ich auch schon wieder ne Kuh. Ne. Geil. Ja. Geil. Wir haben aber kein Feuer mehr. Oh Mann. Bist du denn Curry? Irgendwie hab ich nen Deja Vu. Martino ich laufe. Ganz ruhig. Da sind zwei Kühe. Ich seh zwei Kühe. Ey. Schon wieder. Jetzt sieht gleich noch jemand ne dritte Kuh. Da vorne dann den Zombies. Ja die laufen so langsam ne. Ist das neu dass die Zombies sich auch bewegen. Ja ja. Manche laufen auch. Wischendurch machen die das mal. Müssen ja auch mal ihre Beine vertreten. Curry wo bist du denn? Ich würde sagen wir gehen zum Supermarkt mal ganz kurz Freunde. Und dann treffen wir uns mit Curry beim Supermarkt hier. In Berenzino. Ja. Weil wir müssen was essen. Aber das Zeug hier können wir nicht liegen lassen. Einfach da liegt ja noch Zeug vom Curry. Ach dann nimm das doch jemand halt. Ja das kann der sich doch mitnehmen. Lauf jetzt übers Fußballfeld. Warte mal. Lass uns ein bisschen kramen. Ich pack das ein hier. Die Jeans kann der Curry sein. Ach ihr habt's. Könnte man auch mal wieder den. Aber lange nicht mehr auf irgendeinen Spieler getroffen hier. Ne. Ja erstaunlich. Obwohl es echt rappelvoll ist. Wieder mal. Oder? Ob wir bei dem Server weiß ich. Ne gar nicht mehr. Wir sind halt Server Crashgarten wir ja mal zwischendurch. Aber ist okay. Kann man machen. Boah. 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 Pass auf alter. Du bringst dich noch selber um wieder. Nicht schon wieder bitte ey. Der Selbstmörder. Der Selbstmörder. So. Auf zum Supermarkt oder? Ab geht's. Oh. Endlich der sie wieder in Farbe ey. Ich werd verrückt. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, dass die Leute früher schwarz-weiß Fernsehen geguckt haben? Mhm. Krass ne? Aber man denkt ja immer die Welt sehr schwarz-weiß dann aus. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Ja das ist eigentlich total krass. So wenn die so Nazi-Dokus ist alles schwarz-weiß aus damals. Geil. Die Leute die Häuser. Die Dokus sind Farbe. Das dritte reichen Farbe und so. Das ist echt krass. So nachkologiert und so. Hab ich tatsächlich noch nie gesehen alter. Ohne scheiß. Da musst du mal gucken. Gibt's echt coole Dokus auch von so amerikanischen Soldaten. Warte mal. Dann probier ich jetzt einmal die Waffe auf. Schön. Hat doch funktioniert. Oh hinter mir. Hey alter. Sehr schön. Immer locker bleiben sag ich. Immer locker bleiben ja. Wo seid ihr denn hingerannt Leute? Beide weg. Seid ihr unten beim Supermarkt oder was? Boah die ist ja super die AKM. Ohne scheiß. Wir wollten doch zum Supermarkt Leute. Ja wir haben gerade Zombies erledigt. Dass man bei denen noch nix looten kann. Das ist echt schade. Ich bring mal Zombies mit. Ich bring mal Zombies mit. Ich bring mal. Wir sind an der großen Lagerhalle. Weißt du welch ich mein? Ja ja. Ja so eine lange Scheune. Ja ja. Ich weiß nicht. Ich komme. Ich muss unbedingt was essen und trinken langsam. Mhm. Brunnen ist ja hier oben. Ich halte mich auch die ganze Zeit nur bei Wasser. Also bei mir und Curry hat man das ja gesehen. Dass wir äh relativ nah hier gespawnt wurden. Das heißt. Äh da hinten rennt irgendwas. Bist du das Curry? Ja mit T-Shirt gerade hier auch ja. Alter da unten guck mal. Da rennen drei Zombies irgendwo hinterher. Da rennt eine Zombie hin. Bei der Scheune jetzt wo ihr gesagt habt. Ja ja ja. Ey Leute da unten sind drei Zombies. Die rennen irgendwo hin. Die rennen. Das sind Currys glaube ich. Nein. Wer seid ihr denn Leute? Doch doch die rennen da rechts rüber. Jetzt hier auch. Ich hatte drei Zombies bei mir. Ja ja alles super. Oh bei mir auch. Achtung. Komm zur Scheune Curry. Ich bin hier bei der Scheune. Wie die. Guck mal wie der rennt. Alter das ist neu. Da seid ihr. Boah. Vier Stück auf einen Streich. Aber die Waffe ist super. Die kannst du richtig geil im Aiming. Das ist der Curry der da kommt. Ja ja. Ey der steht wieder auf der Bastard. Oh. Alter die Spore hier. Boah. Alter. Boah Vorsicht ey. Alter was geht. Querschläger Alarm. Ey was hier abgeht. Alter Schwede. Ja jetzt müssen wir mal die Positionen wechseln Leute. Können wir nicht bleiben. Noch einmal hier. Alles tot. Puh. Leute wir müssen hier weg. Weil das ist mein Zeug nur. Warte mal. Ich gebe dem Curry jetzt erstmal deine Waffe. Der Spore ein neuer Zombie. Alter was geht denn hier? Curry. Ich droppe die hier. Nimm die hier in die Hand. Dann kannst du auch kämpfen. Ah scheiße nein. Ich will die Waffe. Fuck. Alter. Die Waffe liegt da bei dem Zombie auf dem Boden. Was passiert hier man jetzt gerade? Krass ey. Ich baile die auch. No. Ne wir haben alle Zombies von Berizzino angelockt glaube ich gerade. So ungefähr. Nein die Spore hier guck. Warum schießt ihr denn Leute? Die habt doch ne Axt. Ich hab keine Axt. Ja einer von uns hat doch hier ne Axt. Ich hab ne Axt. Alles gut aber immer mit der Ruhe. Muss ich gerade erst mal verbinden weil ich mich jetzt erwischt. Scheiße. Alter lass uns hier weg jetzt. Das bringt doch nichts. Ja wir müssen hier weg. Auf zum supermann. Komm. Lass sie laufen. Komm mit. Wir hauen jetzt ab. Erstmal. Du hast die Waffe Curry oder? Ja aber ist halt alles. Ne wir haben noch ein bisschen. Ich hab noch ein bisschen Kram. Aber ich hab den Dennis seine Wasser. Alter die spawnen da unten direkt vor der Hütte. Wie krass. Ja kommt da weg. Wie schnell auch. Ja und vor allem manche haben ne neue Animation bekommen. Hat jemand die Weste vom Curry mitgenommen? Ne die liegt vielleicht noch auf dem Dach oben oder? Die liegt bei seiner Leiche. Ne auf dem Dach hatten wir glaube ich alles mitgenommen am Ende. Boah. Wetter geschossen. Ich geh schonmal zum Supermarkt. Hier ist der Brunnen. Sorry warte mal ne Sekunde. Direkt hier vor allem beim Supermarkt. Das ist gleich bei euch. Ne ich wollte den nur. Wollte den nur äh äh untersch... Soll das weil wir jetzt ein paar Mal hier rumgeschossen haben. Ich hab gar nicht so viel vom Curry. Ich glaub ich hab ein bisschen Munition vom Dennis noch. Ne ich kann nicht sagen ich hatte gar keine Munition. Ich hab eigentlich nur die Waffe. Ich hab noch SKRs kommuniert. Curry hier ist ein Basik. Curry nimm dir den Baseballstück immer mit. Ich hab noch die Hose, den Helm und den Stein von der Curry. Und die Streichhälzer. Hast du gehört Curry? Ja ja. Ne Weste wäre super. Alter hier liegen sieben Steine. Sieben Steine. Ich mach mal die Kantine und füll die mal auf. Wie macht er das denn jetzt? Mach mal ein bisschen Wasser an das Ding schon. Na jetzt. Nimm mal rein damit. Nimm mal rein damit. Oh. Was ist das da oben? Ja meine Pistole habe ich logischerweise verloren. Die war in deinem Rucksack. Ja die sind in dem Rucksack. Da waren noch ganz viele Pistolen. Aber die sind jetzt wahrscheinlich... Ja drei Stück. Alter. Jetzt trinkt der aus der Kantine. Das wollte ich doch nicht. Nein. Ah die ist jetzt aber 100%. Alles cool. Weil hier im Supermarkt isst kaum was Curry. Aber ich habe eher was zu essen. Ja ja. Hier liegen Baseballschläger. Nimmst du den ne? 12 Schuss habe ich noch. Ich habe noch ein bisschen Munition für die SKS. Ja. Das wird gut. Sind beim Supermarkt Jungs ne? Ich habe aber auch nur noch 26 Schuss. Curry komm mal her. Curry komm mal zurück. Curry. Ja. Wofür brauche ich denn den Baseballschläger? Ja. Immerhin etwas. Ich hätte dir zu schade gefühlt ne? Ich habe ja... Ich habe die Gaslampe mal mitgenommen. Hier sind Klamotten. Munition. Frühdose. Rotten Tomato. Curry ist ein Woolcoat. Da kannst du was mehr schleppen wieder. Wo denn? Ähm. In dem Haus. Gegenüber vom... Warte. Ich komme mal raus. Ich komme mal auf die Straße. Kann man die Knarre nehmen lieber. Hier. Ich bin auf der Straße. Bin hier beim Supermarkt. Bin hier mit Tommi und Benni. Ah. Warte mal. Hier ist ne SKS. Hast du eine? Ich habe doch die AKM. Ja klar. Ach da seid ihr davon. Ja das ist das wichtigste. Wir sind am Panzer gerade. Lass uns mal die Häuser hier kurz ausluten. Ich glaube da kriegen wir noch ein bisschen Zeug und dann kommen wir auch ein bisschen mehr klar. Denn so wie das jetzt ist. Ist es nicht so gut. Man muss nicht bleiben. War das hier in dem Eckhaus? Hm? Ob die Sachen in diesem Eckhaus drin lagen. Oh was ist das denn? Ähm du meinst die äh diese diese Woolcoat? Jaja. Der ist jetzt auch nicht so geil. Hier liegen schon Canvas Pants. Aber dieser Woolcoat. Moment. Ich bring. Ich hole dir das. Ich hätte das eigentlich auch mitnehmen können. Einfach ich Depp. Du merkst mal gerade. Ich weiß schon was ich mache. Und das. Und dann mache ich so. Zack. Hast du? Hast du was zu ansehen? Nee ich bin gerade woanders. Ich habe gerade noch was zu essen. Zack. Und da reinpacken. Also hier ist der. Ich komme mal wieder raus. Wo? Moment mal. Das ist jetzt halt nichts besonderes. Aber wenigstens hast du dann vier Slots mehr. Äh hier. Guck mal. Hallo. Komm mal rein. Hier. Direkt dahinter. Krabbel da durch. Und dann hast du es. Dann hast du das Ding in der Täsch. Ah wunderschön du. So. Ja kriegen wir hin. Wir sind jetzt noch ein bisschen. Wo seid denn ihr hin Curry? Dann seid ihr wieder halbwegs vernünftig ausgerüstet. Die Waffen konnten wir jetzt zum Glück sichern. Hm? Ach da ja ja. Sehe euch. Dann können wir jetzt wieder. Scheiße sind zu viele Zombies. Ja wir können eigentlich dann wieder weiter Richtung Süden oder? Also nicht nochmal zu unseren Leichen einfach weiterlaufen. Ja doch da kommen wir dann vorbei. So. Toilettenpapierwerbung. Ah hier ist vorhin schon wieder die Zombies ey. Das geht ja jetzt Schlag auf Schlag. Ach. Schlag. Sollen aber zwischendurch noch so ein paar Häuser unter die Lupe. Ja hier vorne ist weg der Brunnen. Wo auch nochmal. Nämlich noch ganz viele Häuser. Wo denn? Werden auf jeden Fall Nahrungsmittelprobleme bekommen. Häuser. Der Benni hat den auf dem Schirm. Warte mal. Wollen wir uns mal sammeln? Ah. Ja. Sammeln wir uns ganz kurz mal. Ja. Ich glaube ich ist nicht verkehrt. Ich bin hier mit dem Curry unterwegs gerade. Und das ist der Dennis. Das ist der Dennis. Ja ich bin mit dir. Du bist mit mir unterwegs. Ja komm. Ey komm mal hier warte mal. Ja. Hab ich gerade auch gesehen. Was ist da drin? Wo seid ihr? Ah hier. Masken. Ich hab deine Streichhölzer eh noch Curry. Ah ok dann kann ich dir aber kriegen lassen. Komm ich werfe dir die mal raus warte. Ah ein kleiner Rucksack cool. Wir treffen uns beim Panzer ja. Und deinen Stein und deinen Helm werfst dir auch mal raus. Habt ihr gehört? Ah der Helm. Ach hier seid ihr da oder? Seid ihr doch. Ja das sind wir. Hier ist auch noch ein Anzug. An die Jogginghose. Wo seid ihr? Ja. Beim Panzer treffen wir uns jetzt. Ich bin schon da. Bin hier gerade noch einmal durch. Ja mal platschen. Ich gucke nur noch eben oben und dann können wir los. Spray Dose. Was kommt denn hier? Ah ein Dosenöffner cool. Den habe ich noch gebraucht. Dosenöffner sind die Leute. Ah das ist im anderen Raum Missings Curry. Da brauchst du gar nicht reingehen. Ok. Also in den vorderen ja. Paper. Wofür brauchen wir jetzt ein Paper? Hier ist ein Rucksack. Weiß ich auch nicht. Paper habe ich noch nicht gebraucht. Ja habe ich schon. War lange kein Spieler mehr gesehen. Heftig. Ne. Was ist denn hier los? Ich weiß auch nicht. Das Körper ist ok eigentlich von der Pfanne her. Sag mal was bringt eigentlich das Bajonett? Mal ganz ehrlich. Dass du besser gesehen wirst. Ja wahrscheinlich ne. Ja. Sonst eigentlich gar nichts. Also im Prinzip. Ich habe es jetzt mal drauf gemacht. Aber im Prinzip. Sieht es nur cooler aus. Hier ist auch ein Rucksack. Aber das seid ihr? Alles klar? Oh mein Gott. Unglaublich. Ich finde was zu essen. Ja man. Ich habe mich noch nie so über diese Flüssig gefreut. Ja was ist denn der Plan? Wollen wir da mal weiter ziehen aus Berizino? Ja. Ja. Ich bin gerade hier am Speisen. Und ich würde sagen das machen wir dann in der nächsten Episode. Sorry dass diese Episode so ein bisschen katastrophal war liebe Freunde. Da ging ja einige schief. Verhungert. Beziehungsweise Sickness. Und dann hin und her der ganze Kram wieder die Sachen einsammeln. Ja war ein bisschen anstrengender. Und in der nächsten Folge wollen wir nochmal auf nach Elektro oder? Wollen wir ein bisschen flaschen. Fände ich ne gute Idee. Das wärs doch mal wieder. Das wärs doch mal wieder Kinder. Bis dahin. Lecker Elektro. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Let's Play Day Z. Und sorry dass die Folge ein bisschen lower war. Aber in der nächsten gibt's dann hoffentlich wieder die volle Lado Action. Das warérien heißt, dass wir sicher auch mit dem curlysten Flatschreiber haben. Das war Pottom oder Flatschreiber. Das war Pottom oder Flatschreiber. Das war Pottom oder Flatschreiber. Bleiboro macht euch mit deinem Lade. Und dann kommt mit der große Rolleifache nach. Ich hatte das große Rolleierende Bord. Und dann kommt mit dem Frankreich und die Ladeex nach Zbereich. Und dann kommt mit dem Lade. Und dann kommt mit dem Lade rein. Und dann kommt mit einem Lade und weiterge. Und dann kommt mit der Windisch. Das war Pottom ist das. Vielen Dank.